Musikwettbewerb grenzenlose Konzerte 2021. Jeder für sich und doch zusammen. Mach mit und zeig allen, dass Musik barrierefrei ist. Klicke auf wettbewerb.musiklusion.de Suche dir dort eines unserer Videos aus. Peters Beat, Davids Song oder Matzes Keys. Auswahl getroffen? Dann spiele das Video ab. Mit Laptop, Tablet, Smartphone oder Smart TV. Wenn du einen Lautsprecher hast, sorge für guten Klang. Entfalte nun deine Kreativität. Spiele oder singe dazu. Filme dich mit einem Smartphone oder einer Videokamera. Wenn du fortgeschritten bist, dann komponiere einen Remix oder was immer du willst. Wichtig ist, der musikalische Inhalt muss von dir erfunden sein. Nutze keine Musikstücke, die es bereits gibt. Lade dein Video bei uns hoch. Nach redaktioneller Sichtung veröffentlichen wir es zeitnah. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2021. Freue dich auf tolle Preise. Ob per Online-Voting auf Instagram und Facebook oder prämiert von unserer hochkarätigen Jury. Jetzt bist du dran. Sende dein Video ein und gewinne. Wir freuen uns auf deinen Beitrag und drücken die Daumen. Musikklusion. Eine Initiative von Andreas Brandt an der Lebenshilfe Tuttlingen. Gefördert und unterstützt von Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, Lions Club Tuttlingen, Auditi GmbH, Kreativbüro Raffaella Sieg, Esculap AG, Bürgerstiftung Tuttlingen, Rotary Club Tuttlingen, Klavierhaus Hermann, Typodruck, Antischlager, Hochschulkampus Tuttlingen. Musik 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 Vielen Dank.